Für mich die VB-Side war eine der besten Seiten meiner Lieben und meiner Karriere. Ich liebe zur Zeit in Ägypten. Ich bin sehr beschäftigt mit meinem Lieben dort in Kairo. Meine zwei Söhne, die leben in Dänemark. Dann bin ich ab und zu manchmal zum Besuch in Dänemark. Und dann kommen die auch selber nach Ägypten manchmal. Ich bin die ganze Zeit unterwegs zwischen Ägypten und Dänemark. Und dann bin ich manchmal auf Besuch in Deutschland, wenn ich das auch schaffe. Mein Verhältnis mit Jürgen war sehr schön, sehr besonders. Ich habe immer Jürgen genannt als mein Vater. Jürgen ist ein sehr, sehr besonderer Typ. Ich denke nicht, dass ich derjenige bin, der so etwas sagt. Der gibt sehr, sehr viel Energie und positive Energie. Das ist so wie eine Familie. Und das ganze Succes gehört zu allem. Nicht nur ihm und nicht nur die Spieler oder nicht nur jemand alleine. Sondern das gehört zu allem. Ich war in einer Top-Form an dieser Zeit nach dem Afrika-Meistersieg. Das war eine der besten Saison für mich im BVB. Und dann kommt in den letzten zwei oder drei Spielen der Saison, bekomme ich dann einen Kreuzballenriss. Wenn du wieder zurückkommst nach einer Kreuzballenriss-Verletzung, dann kommst du ungefähr Ende des Jahres. Das war die Saison, in der wir Meister geworden sind. Und dann lagen wir immer Nummer eins. Wir gewinnen jedes Spiel. Und es ist nicht so einfach für den Trainer die Mannschaft zu wechseln. Und dann für mich, wenn ich nach sechs, sieben Monaten zurückkomme, dann musste ich wieder kämpfen. Und dann nur einfach nah an die Mannschaft reinzukommen und auf der Bank zu sein. Und wieder manchmal auf dem Platz reinzulaufen. Aber was schön immer in Dortmund war, obwohl Spieler, die nicht zu viel gespielt haben, die haben nie Stress gehabt in dem Verein. Wir sind Meister geworden, weil jeder hat wirklich gekämpft für die BVB und nicht für sich selbst. Jeder hat wirklich das mit Herz gemacht und gearbeitet und getan. Deswegen sind wir am Ende Meister geworden. Was macht richtig viel Spaß? Es macht richtig viel Spaß. Ich denke, es ist sehr, sehr schön und ein besonderes Verhältnis, wenn wir die ganzen Legendenspieler immer miteinander was zu tun und was zu haben unterwegs. Wenn wir immer wieder Fußball spielen und uns vorbereiten, das macht viel Spaß. Für mich war die BVB-Zeit eine der besten Zeit in meinem Leben und in meiner Karriere. Es geht um die Zeit, der Bund, das die ganzen Mannschaften miteinander gehabt haben. Und das Verhältnis, das die ganzen Leute gemeinsam gehabt haben. Als Fans, Publikum, Stadien, die Mitarbeiter in dem Verein, die Spieler. Das war der Grund, dass die BVB an dieser Zeit die ganzen Titel, die sie gewonnen haben. Weil alles hat zusammen geklappt. Und für mich, das war die schönste Zeit, mein Lieben, weil ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich war sehr, sehr glücklich, meine Familie war sehr, sehr glücklich. Mein erstes Kind ist geboren in Dortmund, in der Dortmunder Klinik. Für mich bedeutet Dortmund sehr, sehr viel für mich, weil ich so viele schöne Sachen erlebt habe in meinem Leben in Dortmund. Und deswegen bleibt immer BVB in meinem Herzen. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.